Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute In Angedenken der gefallenen undarischen Genossen Ich bin's jetzt völlig gut Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt Warum habt ihr geschwiegen? Ihr seid jetzt Staatsfeinde Volksbildungsminister Lange Persönlich ist heute unser erst Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redesführer Ansonsten, wenn ihr euer Schweigen nicht brecht Wird sie am Ende der Woche diese Klasse schließen Du sagst mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat Jetzt, verdammt doch mal! Du hast dein ganzes Leben nur vor dir, gut? Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen Du hast ihn verraten, du Schind! Wir wollen es gegeneinander ausspielen, ist doch klar Bist du mich angelogen, Mama? Gefängt von hier komme ich wieder Vielleicht kommst du mit in den Besten Du hast ihn verraten, du hast ihn verraten, du hast ihn verraten